Diversity is a fact, Inclusion is a must. Ziemlich starkes Statement habe ich mir gedacht, als ich die Bewerbung des IST Austria für den Diversitas-Preis in die Hand genommen habe. Und auch, behaupten kann man ja vieles, die Realität muss dem Stand halten, die Latte liegt jedenfalls ziemlich hoch. Was bedeutet also das Faktum Diversität und das Muss-Inklusion an einer Institution wie dem Institute for Science and Technology Austria? Zuerst einmal bedeutet es natürlich, dass Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund ans IST kommen. Hinsichtlich Geschlecht und Sprache, der Kultur, in der sie aufgewachsen sind und gelernt haben, der Religion. Exzellente Wissenschaft entsteht oft dann, wenn Unterschiede zusammenkommen und daraus Neues entsteht. Und genau das versucht das IST nach meiner Einschätzung und auch nach Einschätzung der Kolleginnen und Kollegen in der Jury zu tun. Und zwar nicht durch romantische Verklärung, sondern durch Arbeit. Arbeit in Workshops, in denen interkulturelle Kompetenz gelehrt wird, Tests, in denen man sich selbst hinterfragt, Ausstellungen und einem Film. Vielfalt wird auch aktiv hereingeholt, etwa indem man mit Jugendlichen aus der Region zusammenarbeitet. All das soll erfahrungsbasiertes Lernen ermöglichen. Und zwar nicht nur im Kreis der Forscherinnen und Forscher, sondern in der gesamten Organisation. Also auch bei den Menschen in der Administration und Verwaltung. Lernen als gesamthafter Ansatz, der permanent weiterentwickelt wird. Selbstreflexion hinsichtlich unbewusster Brillen. Kommunikation nach innen und außen, um Neues zu ermöglichen. Das alles institutionell gut abgesichert. Dieses maßgeschneiderte, erfahrungsbasierte Lernprogramm hat die Jury überzeugt, dafür einen Anerkennungspreis zu vergeben. Und dazu gratuliere ich dem IST Austria sehr herzlich. Das ist ein Anerkennungspreis.